Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video von Gartenzeile, in dem es um Laub gehen sollen. Wir von Gartenzeile haben dir in den letzten Beiträgen vieles Interessantes rund um das fallende Herbstblatt gezeigt. Nun soll es zum Abschluss noch darum gehen, was du hinnehmen musst und was nicht, wenn es zum Streit wegen Laubs kommt. Der Herbst kommt in jedem Jahr zuverlässig und mit ihm die Tonnen von Laub, die Bäume, Büsche und andere Pflanzen abwerfen. Viele der großgewachsenen Bäume stehen auf öffentlichem Grund wie Straßenbäume oder auch die Bepflanzung von Parks. Daher gibt es bei den herabfallenden Blättern kein Verursacherprinzip. Niemand ist verpflichtet, das Laub von seinen eigenen Bäumen wegzuräumen, das auf fremde Grundstücke zum Liegen kommt. Vielmehr ist es so, dass jeder die Blätter beseitigt, die auf seinem Grundstück fallen. Dabei ist zu beachten, dass du, bist du Hauseigentümer, nicht nur im Winter dafür sorgen musst, dass auf dem Gehweg vor deinem Grundstück Schnee und Eis zuverlässig beräumt werden, sondern auch im restlichen Jahr diese Räumpflicht besteht. Das heißt, dass du auch im Herbst Blätter zu beseitigen hast, die sonst zur Stolper- und Rutschfalle auf dem Gehweg werden können. Eigentümer können diese Pflicht an ihre Mieter delegieren. Das Nachbarschaftsrecht ist Ländersache und es gibt eine Vielzahl von Urteilen auf Bundes- und Landesebene, die besagen, dass man eine Belästigung durch fallendes Laub hinnehmen muss. Es gilt, wenn das Laub liegt, muss es von demjenigen entfernt werden, auf dessen Grundstück es gefallen ist. Eine Ausnahme gibt es höchstens, wenn das Laub Aktivitäten auf dem eigenen Grundstück extrem einschränkt. Das kann man gerichtlich bewirken lassen, dass ein überhängender Ast abgeschnitten oder sogar der ganze Baum gefällt werden muss. Aber das ist die Ausnahme. Übrigens darfst du das Laub vom Baum deines Nachbarns nicht aufsammeln und ihm zurückwerfen, denn das wäre strafbar. Eine Maßnahme ist möglich. Damit liegenbleibendes Laub nicht zu dir rübergewehen wird, kannst du dir mit Maschendraht behelfen, der das ganz am Boden herabreicht. Allerdings gibt es eine Ausnahme, nämlich dann, wenn die Menge des Laubs das zumutbare Maß überschreitet. Das kann eine finanzielle Entschädigung verlangen, die sogenannte Laubrente. Doch hier liegen die Hürden sehr hoch. Es muss dafür eine wesentliche Beeinträchtigung des Grundstückes vorlegen, die über das örtliche Maß hinausgehen. Wer im Grünen wohnet, für den dürfte selbst eine erhebliche Menge Laubs diese Grenze nicht überschreiten. Ein Beispiel. Eine Linde stand auf dem privaten Grundstück und das etwa 10 Meter von der Nachbarschaftsgrenze entfernt. Mehrmals im Jahr beschwerte sich der Eigentümer des Nachbargrundstücks über Blüten, Samen, Blätter und Äste, die ihn störten und die mindestens 30 Meter weit fliegen würden. Im Herbst, so argumentierte er weiter, wäre ein mehr als 10 Zentimeter dicke Schicht Laub die Folge des Baumes. Das würde den Rasen und die Beete bedecken und die Regenrinde verstopfen. Die Pflege des Nachbargartens sei dadurch erheblich erschwert. In der Folge verlangte der Nachbar eine jährliche Laubrente von 500 Euro. Der Eigentümer des Baumes lehnte dies ab. Das Gericht lehnte den Antrag auf Laubrente ebenfalls ab. Man bestätigte, dass die Einschränkung des Grundstückes durchaus normal und dadurch hinzunehmen seien. Ein durchschnittlich denkender Anwohner würde die Beeinträchtigungen ohne Entschädigungsverlangen hinnehmen. Der Nachbar genieße das Wohnen im Grün als Lagevorteil und müsse den damit verbundenen Nachteil der erhöhten Grundstücksverschmutzung durch Pflanzen hinnehmen. So und Ähnliche gibt es viele Urteile, die verschiedenen gerichtlichen Instanzen stammen. Es gilt also, klaglos Laub, das zu beseitigen, auf dem eigenen Grundstück landet. Wir haben uns in den vergangenen Videos viele nützliche Tipps für Dich rausgesucht, was Du mit dem Laub tun kannst. Denn da gibt es viel mehr als nur die Entsorgung. Wir hoffen, wir konnten Dir damit eine Freude machen und den Herbst etwas versüßen. Und wir verabschieden uns damit für heute. Wir hoffen, Dir hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls Du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und Dich für das Thema Garten interessierst, schau auch auf unser Magazin unter www.gartenseile.de. Bis zum nächsten Mal!